Du bist nicht vorbereitet! Die jahrelang rumgeweint haben, dass sie Classic-Server haben wollen, die kriegen sie jetzt. Wann das Ganze kommt, steht noch nicht fest. Es hörte sich so an, als wird das Ganze erst jetzt angefangen in die Entwicklung sich zu begeben. Also schätze ich mal, das wird noch ein Weilchen dauern, bis das Ganze kommt. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass sie da einiges quasi umprogrammieren müssen etc. Um das zu gewährleisten können, dass die Server natürlich stabil laufen etc. Weil es soll ja richtige Blizzard-Server sein, da muss es ja ganz stabil laufen und kann nicht so wie auf einem Privatserver, wo es halt egal ist, ob da ein Bug drinnen ist. Aber nichtsdestotrotz, das kommt auf jeden Fall. Also für alle, die sich das Ganze ansehen wollen. Für mich persönlich ist, ja meh, ich habe zwar dort auch gespielt, aber muss ich jetzt nicht... Ich meine, ich würde gerne vielleicht nochmal einen Char einfach so leveln. Einfach nur, weil ich die Quest-Gebiete nochmal durchleveln will. Aber das wäre es dann glaube ich auch schon gewesen. Ich kann mir auch die Langzeit-Motivation dahinter nicht ganz vorstellen. Außer sie machen halt so Art-Progression-Server, wie sie damals auf Reddit auch vorgeschlagen haben. Dass sich das irgendwie nach der Zeit halt dann zu Burning Crusade weiterentwickelt und so weiter und so fort. Aber dann verärgst du wieder irgendwelche Leute. Also wie sich Blizzard dafür entscheidet, das werden wir dann auf jeden Fall noch irgendwann in der Zukunft sehen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das Ganze ergibt und wie viele Leute sich damit auf jeden Fall länger motivieren lassen. Weil wie gesagt, wenn sie es nur auf dem einen Addon-Stand beibehalten, dann wird es ein bisschen problematisch, die Leute permanent bei Lust und Laune zu halten. Aber wir schauen mal, wie sich das Ganze oder wie sich das Ganze lösen und wie das Ganze dann bei den Spielern ankommt. Und natürlich wurde auch schon, wie von Blizzard angedeutet, das nächste Addon für World of Warcraft vorgestellt und das ist Battle for Azeroth. Und das ist natürlich wieder, ja, mehr oder weniger back to the roots, also mehr auf den Konflikt zwischen Horde und Allianz bezogen. Mich verwundert es ein bisschen, weil wirklich alles auf Old God hingedeutet haben, jedoch kriegen wir trotzdem einige Sachen, die natürlich damit zu tun haben. Oder beziehungsweise die von Spielern bereits vorher, ja, quasi gedatamined wurden. Und das ist einerseits natürlich zwei große neue Kontinente innerhalb von Azeroth und das ist einmal Zandala. Das ist der Platz für die Horde und eine neue Fraktion, beziehungsweise die Zandalari-Trolle kennen wir ja bereits schon, aber die finden wir dort natürlich auch wieder. Und dann haben wir da natürlich auch noch Kultiras und das ist die Heimat von Lady Jaina Brachtmeer und natürlich auch der Startpunkt für die Allianz. Jede dieser zwei Inseln, also Kultiras und Zandala, besteht aus drei kleineren Unterinseln, wo man natürlich levelt und man kann dort auch wieder so leveln, wie man es auch schon von Legion gewohnt ist. Das heißt, man kann anfangen, wo man will, weil das Level-Scaling dort natürlich einfach mitzieht. Und wie auch schon von mir und vielen, vielen anderen spekuliert, Unterrassen, also quasi verbündete Völker, kommen auch zu World of Warcraft. Und das sind leider nur sechs am Anfang, aber sie haben gesagt, das System kann man auf jeden Fall noch weiter ausbauen. Für die Seite der Horde wären das einmal die Nachtgeborenen, dann die Hochbergtauren, als auch die Zandalari-Trolle. Das heißt, diese drei Rassen kann man auf Seite der Horde dann noch zusätzlich wählen. Für die Seite der Allianz gibt es einmal die leeren Elfen, die Dunkeleisen-Zwerge, als auch zusätzlich noch die lichtgeschmiedeten Drenai. Und diese drei Völker, beziehungsweise insgesamt sechs eigentlich an der Zahl, die muss man sich auf der Maximalstufe, sofern ich das richtig verstanden habe, zuerst freispielen über eine kleine Story-Quest. Das heißt, Blizzard will die ganzen Rassen oder Völker nicht einfach so implementieren, sondern natürlich zuerst eine Hintergrund-Story erzählen, warum diese sich jetzt eigentlich bei was für einer Fraktion auch immer befinden. Zum Beispiel bei den Nachtgeborenen war es zwar schon teilweise ersichtlich, dass sie zur Horde kommen, das hat man aus den Texten von den Suramar-Quest-Reihen mitbekommen, vor allem von dem, was Tyrande gesagt hat. Aber nichtsdestotrotz wird das dort wahrscheinlich nochmal genauer erläutert und sobald man diese Rassen freigespielt hat, dann kann man die natürlich auch einfach auswählen. Der nächste Punkt bei denen ist, dass die, wenn ihr die neu erstellt, auf Stufe 20 gleich starten und damit könnt ihr gleich auch von Level 20 aus weiterleveln und dann wäre da noch was anderes. Denn ihr könnt natürlich auch, wenn ihr euren Main-Change wollt, die ganzen auf, ja, bezahlten Charakterwechsel einfach benutzen oder bezahlten Volkswechsel benutzen. Dann könnt ihr natürlich auch in die jeweiligen Rassen reinswitchen. Die haben auch eigene Rassenfähigkeiten, also Völkerfähigkeiten. Im Fall vom Hochbergtauren war es so ein Charge-Stun und im Fall von einem lichtgeschmiedeten Trainer, glaube ich, war es so was wie in der Art von der Windika, dieser Lichtstrahl von oben so in der Art, hat man leider noch nicht ganz eingesehen. Ich meine, es war einfach viel zu viel Informationsflut, als dass man das alles hätte abdecken können in der kurzen Zeit. Aber zurück zum Level, denn man startet ja mit Level 20, aber die Level-Experience, man hat schon gemerkt, die letzten Jahre hat ziemlich nachgelassen, weil, ja, es ist einfach weird in der alten Umgebung zu Quests, Es wurde zwar noch nicht gezeigt, ob einige der Gebiete revamped werden, ich gebe nach wie vor davon aus, dass zumindest manche Storys angepasst werden, aber das Level-Scaling wurde auf die ganze alte Welt angewandt, das heißt, in Zukunft kann man einfach die Quest-Gebiete, die man auch besuchen möchte, auch länger besuchen, ohne dass man schon nach dem ersten Quest-Gebiet fünf Level darüber hinaus ist und dann das nächste gleich überspringen können. Nein, das kann man in Zukunft einfach anders lösen und zwar kann man dort dann zum Beispiel von Stufe 1 bis 60 in den östlichen Königreichen, als auch in Kalimdor Leveln, dann von 70 bis 80, sofern ich das verstanden habe, in Nordend und der Scherbenwelt, das heißt, man hätte da zwei Auswahlmöglichkeiten, wo man leveln könnte, dann von 80 bis 90 in Kataklysm oder Mists of Banderia, 90 bis 100 nach wie vor Warlords of Draenor und dann von 100 bis 110, natürlich Legionen, dann 110 bis 120 auf Zandala bzw. Kultiras, wo man dann die restlichen Level noch hinter sich bringen kann. Sofern das der Infografik auch zu entnehmen war, wirkt sich das Level-Scaling auch auf die Dungeons aus, das heißt, man hat auf jeden Fall mehrere Dungeons zur Auswahl, die man in der Level-Phase benutzen kann, was allerdings ziemlich traurig wird für andere Dungeons, die nicht so gern gelaufen werden, AK zum Beispiel Düsterbruch oder Maraudon werden ein bisschen aussterben, habe ich irgendwie das Gefühl, aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Feature, dann gehen wir gleich weiter und zwar haben wir so einen quasi neuen Spielmodus, wo es darum geht, Inseln zu plündern, da können wir uns mit drei Spielern anmelden, da ist es anscheinend sogar egal, ob man sich mit drei Tanks, drei Healer, drei TDS, was auch immer anmeldet, das heißt, es sollen dort sehr, sehr schnelle Queues aufgehen und dabei geht es einfach darum, auf dieser Insel gewisse neue Materialien einzusammeln, Azerit, glaube ich, ist das gute Stück, was man dort zusammensammelt und dann kriegt man am Ende quasi noch Belohnungen, wofür man das als, ja, oder beziehungsweise das braucht man eigentlich für den Hals, auf den ich gleich noch weiter eingehe, aber zurück zu den Blünderaktionen, da, ich weiß nicht, wie genau das funktioniert, es soll einfach nur verschiedene Events geben dort, die immer verschieden auftreten, das heißt, man hat verschiedene Spawnorte, wo man kommen kann, es sind immer verschiedene Gegner da, man kann die ganzen Situationen verschieden lösen und das nächste dabei ist noch, es gibt so, ja, es gibt mehrere Schwierigkeitsgrade davon, insgesamt vier an der Zahl, wo man da verschiedene, ja, wie man da verschieden antreten kann und dort ist auch eine Gegnerfraktion unterwegs mit, ja, drei NPCs, das heißt, man tritt da, wenn man aufs Horde spielt, gegen die Allianz an, das gibt es einmal als PvP-Variante, also wo man tatsächlich gegen andere Spieler antritt und einmal mit NPCs, wobei diese NPCs sogar ziemlich gut skaliert sind und er meinte dort in der Ankündigung auch, dass es einen Modus gibt, wo der NPC oder wo die NPCs extrem stark sind und einen ziemlich auf die Nerven gehen können, wo zum Beispiel ein Schurker einen immer wieder rauszieht und so weiter und dann wieder massiv Schaden auf einen der anderen Spieler macht, stelle ich mir auf jeden Fall lustig vor, wie man sich das genau ansehen kann oder wie das genau funktioniert, das werden wir erst im Verlauf der Beta dann wahrscheinlich feststellen, wo man dann hoffentlich, oder wo ich oder ihr auch hoffentlich dann reinkommen könnt, um dasselbe anzuspielen. Dann als nächstes Feature haben wir noch die Kriegsfronten. Die Kriegsfronten sind ja so eine Art Mischung von MOBA bzw. von RTS mit dem MMO-Genre, wo man am Anfang war, glaube ich, Arati-Hochland dort gezeigt, wo man ja so eine Art Belagerung einfach nachspielt mit 20 Spielern gegen NPCs, wo man einfach versucht, diese Burg einzunehmen und dafür halt gewisse Belohnungen kriegt. Dabei kann man verschiedene Häuser aufstellen, die natürlich verschiedene Buffs geben, so eine Art Truppenhaus, also wie man es halt aus RTS-Games kennt, dass man halt seine eigene Basis aufbaut und dann kann man erst zum Angriff übergehen, muss verschiedene Gegenangriffe natürlich abwehren und so weiter und so fort. Hört sich alles sehr, sehr interessant an. Bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das dann in-game spielt und wie das dann abläuft mit dem Gebäuden bauen, weil ich meine, das hat jetzt bei anderen in-game Dingen noch nicht so gut funktioniert, dass wenn man sagt, man spielt mit 19 anderen Spielern und du willst unbedingt dieses Haus bauen, die anderen wollen aber das bauen, ob man sich da irgendwie einig wird oder ob das dann egal ist, aber das werden wir dann alles noch weiter sehen. Dann gehen wir weiter, die Artefaktwaffen sind so weit futsch, das heißt, die Artefaktwaffen werden wir nicht mehr haben in dem nächsten Add-on. Dafür haben wir ein neues Item und das ist ein Hals, den wir anlegen, der uns von Magni geschenkt wird, das Herz von Azeroth. Und damit können wir irgendwie in irgendeiner Art und Weise Rüstungsstücke 3, glaube ich, empowern. Das waren einmal Kopf, Schultern und Brust. Da können wir dann verschiedene Bonis auswählen wieder. Wie das ganze System genau funktioniert, das wurde ziemlich verwirrend erklärt, aber wir werden da wahrscheinlich noch genauere Einblicke dafür kriegen. Also auf jeden Fall gespannt, was es damit auf sich hat und man muss das dann auch wieder empowern, also mit wie eine Art Artefakt macht. Nur, dass es diesmal dieses Arzerit ist, das wir dort dann überall finden, so wie es halt jetzt mit Artefakt macht ist. Bin auf jeden Fall gespannt, wie das ganze System dann funktioniert und auf jeden Fall gespannt, wie das dann weitergeht. Dann natürlich, das Leveln geht weiter bis Stufe 120 und es wird auch wieder eine Charakteraufwertung geben, die bis Stufe 110 funktionieren wird. Das heißt, in Zukunft kann man sich auch wieder einfach den Level Boost kaufen, wenn man nicht Lust hat, die eine oder andere Klasse zu pushen. Und dann kommen wir zu meinem persönlichen Lieblingsfeature des Add-ons und das sind die Communities. Denn wer es vielleicht aus Diablo schon kennt oder eigentlich auch das Gilden-System in WoW. Es ist ziemlich gleich. Es wird natürlich nach wie vor Gilden geben, aber es gibt dann in Zukunft auch Communities. Das heißt, man kann ingame eine Community erstellen und in diesen Communities kann man einfach verschiedene Leute Cross-Realm inviten, die sich dort drin unterhalten können oder verschiedene Sachen planen können oder was auch immer. Das heißt, in meinem Fall würde ich dann gerne eine Community-Gilde aufmachen oder eine Community-Gruppe aufmachen, die für meine persönliche Community bestehend ist, wo man dann einfach reinscheuen kann, sich dort drin unterhalten kann, vielleicht verschiedene Tätigkeiten, einzelne Communities eröffnen, wo man dann Leute für PvP, für PvE oder was auch immer suchen kann. Und das könnte ich, oder stelle ich mir persönlich ziemlich cool vor, denn es gibt jetzt auch irgendwie In-Game-Voice-Chat und so weiter, der direkt von dem Battle.net-Zeug übernommen wurde. Das heißt, er funktioniert genauso wie in Overwatch & Co., also wunderschöne Sprachqualität etc. Und man sieht auch direkt in-Game, wer zum Beispiel gerade redet. Stelle ich mir ein bisschen merkwürdig vor, ich weiß nicht, ob ich in LFR in den Voice-Chat reinscheuen will, wo ich dann 24-7 einfach nur aufs Derbste beleidigt werde. Aber ich meine, wir werden auf jeden Fall noch sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Mich würde natürlich interessieren, was ist euer Lieblings-Feature bisher von den Dingen, die angekündigt wurden? Ihr könnt es mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Und wie hyped seid ihr persönlich auf die Classic-Server? Könnt ihr mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben und dann können wir da noch ein bisschen diskutieren. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir natürlich in der Zukunft noch weitere oder sehr, sehr viele Informationen kriegen werden, denn es ist noch so viel ungeklärt für das nächste Add-On. Und ich hoffe, dass da auf jeden Fall noch einige Blog-Posts und Co. kommen, wo wir uns das Ganze ansehen können. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ich auch in irgendeiner Art an einen Beta-Key komme, dass ich da auch noch Videos zeigen kann. Wenn ihr euch selber für einen Beta-Key anmelden wollt, dann könnt ihr das in dem Link in der Videobeschreibung machen. Da könnt ihr einfach draufklicken, mit eurem WoW-Account einloggen oder generell mit eurem Battle.net-Account einloggen. Könnt dort ein Häkchen setzen bei den Spielen, die euch interessieren. Und mit ganz, ganz viel Glück kriegt ihr natürlich einen Invite in die Beta, sobald diese natürlich starten sollte. Und das war es dann mit dem Video. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr habt, Däumchen nach oben. Wie gesagt, könnt ihr gerne in die Kommentare noch eure Meinung reinschreiben. Vergesst auch nicht mehr auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links sind immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich immer im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao. Bis dahin, haut rein.